Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Prothma, wir haben das eben gerade noch einmal klären lassen. Es ist schade, dass es noch nicht im Ausschuss zur Sprache kam. Da kam es zur Sprache, aber es ist nicht geklärt worden. Es ist also so, der Instrumentenkasten des SGB III gilt auch über die Verweisklausel auf das SGB II. Insofern ist das, was Sie gesagt haben, scheinbar, sage ich ganz bewusst an der Stelle, nicht richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitslosenquote von Beschäftigten mit einem qualifizierten Berufsabschluss entwickelt sich aktuell in Richtung Vollbeschäftigung. Das ist ein Zitat aus der Begründung des Gesetzes und bringt zum Ausdruck, dass wir in Deutschland auf dem richtigen Weg sind. Doch trotz der guten Konjunktur und der vielen unterschiedlichen Unterstützungsprogramme und der immensen Arbeit, die Jobcenter und Arbeitsagenturen leisten, hat sich die Zahl von einer Million Langzeitarbeitslosen nicht viel geändert in den letzten Jahren. Es kommen Menschen aber aus der Arbeitslosigkeit, der Langzeitarbeitslosigkeit heraus. Dafür kommen andere wieder hinein. Daher ist es von besonderer Bedeutung, sich mit den Wurzeln des Problems auseinanderzusetzen. Das wollen wir vor dem Hintergrund der Langzeitarbeitslosen und dieser Zahlen auch tun. Der vorliegende Gesetzentwurf setzt bei der Stärkung der beruflichen Weiterbildung an und enthält eine Reihe von Schritten, um die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Menschen besser vermittelbar zu machen. Mindestens genauso wichtig ist aber in diesem Gesetzentwurf und in dem Gesetz, was wir heute beschließen, die Tatsache, dass wir Beschäftigten mit einer geringen Qualifikation, die im Beruf stehen, über die berufliche Weiterbildung entsprechend auch eine Förderung zukommen lassen können in der Zukunft. Damit kann präventiv erreicht werden, dass eine mögliche Langzeitarbeitslosigkeit dieser Menschen für die Zukunft verhindert wird. Wir helfen Beschäftigten, Grundkompetenzen zu erwerben, um einen Berufsabschluss nachzuholen. Sie haben künftig Anspruch auf Förderleistungen in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik, Informations- und Kommunikationstechnologien. Das haben wir schon einmal gehört heute. Herr Kollege Lagoski, gestanden Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Potma? Ich würde das gerne aufs Ende verschieben, jetzt nicht. Wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt und die Veränderung, die damit einhergeht, ein lebenslanges Lernen erfordert. Und insbesondere vor dem Hintergrund der Arbeitswelt 4.0 steigen hier die Ansprüche für die Beschäftigten in allen Bereichen, was heute schon zu erkennen ist. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass wir diese Menschen, die eine geringe Qualifikationsstufe im Beruf haben, entsprechend auch so fördern und fordern, dass sie für die Zukunft eben einen Anschluss am Arbeitsmarkt behalten. Die bereits vorhandene Weiterbildungsförderung der Beschäftigten in kleinen und mittelständischen Unternehmen hat zu einer wachsenden Nachfrage an Weiterbildungsnachfragen entsprechend geführt. Daher führen wir zusätzliche altersunabhängige Förderungen von beruflichen Weiterbildungen außerhalb der Arbeitszeit ein, die an die Bedingungen geknüpft sind, dass die Arbeitgeber 50 Prozent der Kosten übernehmen. In der gesamten deutschen Wirtschaft sind berufliche Weiterbildungen von absolut wichtiger Bedeutung. Und die Weiterbildungsförderung insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz besonders, weil hier eben mit erreicht wird, dass man denjenigen, die gegebenenfalls in diesem Bereich arbeiten und eine geringe Qualifizierung haben, zusätzliche Weiterbildungen entsprechend ermöglicht. Der Regierungsentwurf enthält eine ganze Reihe von Schritten, um langzeitarbeitslose Menschen effektiver und nachhaltiger zu unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz all dieser Maßnahmen ist aber nicht außer Acht zu lassen, dass es extrem schwierig ist, Langzeitarbeitslose zu vermitteln, weil es ja eine ganze Reihe von Vermittlungshemmnissen gibt, die nicht nur bei der Qualifizierung entsprechend ansetzen. Das zeigt auch die Eingliederungsquote von etwa 23 Prozent im Jahr 2014 nach arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Es ist einfach aus meiner Sicht auch zu wenig, wie in dem, das ist aus dem Bericht der BA zur Arbeitsmarktsituation von langzeitarbeitslosen Menschen zu ersehen. Die Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit, ich sagte es schon, sind vielschichtig. Sie lassen sich nicht innerhalb kurzer Zeit beheben. Die unterschiedlichen Vermittlungshemmnisse beeinflussen die Arbeitsvermittlung. Neben der Frage von Qualifikationen sind das unter anderem gesundheitliche Einschränkungen, aber auch Suchtprobleme oder wenn man älter ist als 55 Jahre oder nicht in Familienstrukturen lebt, die nicht gefestigt sind. All diese Dinge spielen dabei durchaus eine Rolle und führen zu Vermittlungshemmnissen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Unser Ziel bleibt es, den Menschen eine Perspektive zu geben und ihnen eine Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Der beste Schlüssel dafür ist der Zugang zu beruflicher Weiterbildung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Botter, um das Wort zu einer Zwischenintervention zu geben.